Ich bin Michael Tobias. Ich mache die Veranstaltung Batsaro Elektrik. Batsaro Elektrik ist der Erlebnisnachmittag rund um das Thema Immobilität. Egal ob es Einrad, Zweirad, Dreirad, Vierrad ist. Kommt vorbei, lasst euch überraschen. Am 10.10. um 12 Uhr geht es los. Wir werden tolle Aussteller da haben, tolle Autos, tolle Zweiräder, jede Menge Informationen rund um das Thema Immobilität. Und wir werden natürlich auch was für die junge Generation zeigen. Ausbildungsplätze im Kontext der Immobilität und natürlich auch tolle Projekte vorstellen von Schülern hier aus der Region. Lasst euch überraschen. Wir werden vom elektrischen Supersportwagen bis hin zur Familie in Kutsche alles da haben. Und es wird die Möglichkeit geben, auch viele, viele Probefahrten zu machen. Die Veranstaltung findet statt auf dem Erich-Weiner-Platz, direkt gegenüber vom Hotel Esplanat. Ihr könnt vom Bahnhof entspannt durch die Seestraße direkt zum Veranstaltungsgelände flanieren. Auch wenn es um das Thema Autos geht, versucht bitte ohne Auto anzureisen und nutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel. Batsaro ist super angebunden, ihr könnt ja mit der Bahn herkommen. Einen UAB UAB Untertitelung des ZDF, 2020